In diesem Video stellen wir die verbesserten Vorlagen der Komponentenschemata vor. Wenn wir im Navigator die Projektmappe aktivieren, finden wir die Listen Komponentenvorlage unter den Ordnern Auswertungen, Bestandteil, wie zum Beispiel Auswertung aller Komponenten, Komponenten nach Elementen und Komponenten nach Ebenen. Ein Doppelklick auf die erste Vorlage öffnet die interaktive Auswertung, die alle relevanten Elemente des Projekts zeigt. Öffnen Sie nun die Schemata-Einstellungen. Wie Sie sehen, wurden im Kriterienpanel keine Kriterien hinzugefügt. Das Felderpanel enthält ID und Name des Baumaterials, das Schichtkomponentenvolumen und die Schichtkomponentenbereich. Zusätzlich zu Schichtkomponentenvolumen wurde allen Vorlagen für Komponentenauswertung der Parameter Schichtkomponentenbereich hinzugefügt. Klicken Sie auf die Taste Hinzufügen. Hier finden Sie zusätzliche Parameter, die ebenfalls zur Auswertung hinzugefügt werden können. Wählen Sie nun als nächste Vorlage Komponenten nach Elementen aus. Sie finden hier mehrere Elemente für die Filterung von Kriterien wie zum Beispiel Wand, Dach, Decke, Unterzug, Stütze und Schale. Das Felderpanel enthält die Parameter ID des Modellelements, den Name des Baustoffs, die Schichtdicke, das Schichtkomponentevolumen und die Schichtkomponentebereich. Klicken Sie auf OK. Wie Sie sehen, sind alle relevanten Elemente gemäß der ausgewählten Auswertung aufgelistet. Lassen Sie uns nun zu den Schemaeinstellungen zurückkehren und die dritte Vorlage Komponenten nach Ebenen auswählen. Es gibt keine Filter für Kriterien und das Felderpanel enthält die Parameter Ebene des Modellelements, den Namen des Baumaterials, das Schichtkomponentenvolumen und die Schichtkomponentebereich. Klicken Sie auf OK. Nun erscheint die Liste mit den relevanten Komponenten, die auf den Einstellungen Kriterien und Felder basieren.